Ein Notruf geht in der Ruhrpott-Wache ein. Eine Mutter sorgt sich um ihre Tochter. Die Polizeioberkommissarinnen Sarah Freitag und Nicole Riedel erwartet eine unglaubliche Intrige. Egon 1228 von Egon. Ja, ich höre. Fahrt zur Kultstraße 60. Eine Mutter meldet, dass ihre Tochter in einem Bekleidungsgeschäft festgehalten wird. Ja gut, wir gucken uns das mal an. Die Tochter der Melderin ist während eines Einkaufs in einem Geschäft plötzlich unauffindbar. Von der Mutter werden die Beamtinnen gleich ermitteln, dass vermutlich ein Verbrechen hinter ihrem Verschwinden steckt. Hallo. Hallo. Was ist hier los? Lass uns erst mal reinkommen. Wer sind Sie denn? Sind Sie hier eine Kundin? Nein, ich bin die Ladenbesitzerin, Sabrina Drechsler. Okay. Und wer hat uns hier angerufen? Dann bleiben Sie doch mal bitte hier. Hallo, die Polizei ist hier. Gut, dass Sie da sind. Hallo. Guten Tag. Meine Tochter Marie, ich kann sie nicht mehr. Sie hatten uns verständigt? Sie hatten angerufen? Ja, ich hab sie angerufen. Und wir haben uns das letzte Mal oben gesehen. Und ich kann sie einfach nicht finden. Und da hat sie mir in der SMS geschrieben, dass sie hier festgehalten wird. Und ich weiß nicht, wo sie ist. Haben Sie? Wissen Sie irgendwas darüber? Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ich war gerade weg und wollte... Können wir einmal einfach zusammen oben schauen. Gut, wir gucken jetzt einfach mal. Die Melderin hat bereits ihren Ex-Mann über das Verschwinden ihrer gemeinsamen Tochter informiert. Sarah Freitag befragt die Mutter zu der Textnachricht, um Hinweise auf den Hergang zu erhalten. Dann hast du mir geschrieben in der SMS, dass sie von irgendeinem komischen Kaufhausdetektiv hier gefangen gehalten wird. Ich meine... Könnte von Maik? Ich weiß nicht von wem. Von meinen Angestellten? Ja, dann... Ja, dann... Wollen wir mit dem gleich mal sprechen? Ja. Ein Kaufhausdetektiv hat genau dieselben Rechte und Pflichten wie jeder andere Mensch, der hier lebt. Das Besondere ist vielleicht bei Kaufhausdetektiven, dass ihnen durch den Geschäftsinhaber das Hausrecht übertragen werden kann. Das heißt, sie dürfen Personen des Hauses verweisen. Mein Angestellter. Guten Tag. Hallo. Wer seid ihr denn alle? Wir sind die Polizei. Wer sind Sie denn? Ich bin der Privatdetektiv von dem Laden hier. Mark Hölscher ist mein Name. Sie haben sich verletzt, ne? Ja, dann sage ich... Ich helfe mir, was los ist, was passiert? Ja, ich habe ein junges Mädel. Ich habe meinen Rundgang gemacht. Ich bin ja Ladendetektiv dafür verantwortlich. Das ist schon dreimal passiert die Woche. Ein junges Mädel beobachtet und habe sie zur Rede gestellt wegen Ladendiebstahl. Ja, Marie, meine Marie. Die Beamtinnen müssen zunächst ermitteln, wo sich das Mädchen befindet. Sie fordern den Ladendetektiv auf, sie zu der Beschuldigten zu führen. Mit der Gewalt, die der Mann angewendet hat, rechnet niemand. Ach, was ist das denn? Marie! Ach, meine Güte. Sag mal. Marie, wie hast du die denn gefasst? Also entschuldigen Sie mal bitte. So setzen Sie Mädel fest. Der Kaufhausdetektiv hat seine Befugnisse hier überschritten. Es gibt zwar den Paragrafen 127 Absatz 1 StPO. Das ist das Festnahmerecht für jedermann. Also wer jemanden bei einer Straftat auf frischer Tat betrifft oder verfolgt, der hat das Recht, ihn festzuhalten. Er muss aber unverzüglich der Polizei übergeben werden. In diesem Fall hat er seine Befugnisse überschritten. Er hat das Mädchen festgehalten und muss hierfür das mildeste Mittel einsetzen. Ihre Personalien brauche ich auch gleich mal eben, ne? Gebe ich denen gleich. Also ich verstehe das. Den Ausweis habe ich im Büro von der Chefin, aber die Chefin muss hier. Dann sagen Sie mir Ihren Namen mal eben. Ja, Mike Hölscher. Mike Hölscher. Hier fest angestellt. Wann geboren? Bist du sonst noch irgendwie verletzt? Hat er dich geschlagen, irgendwas? Oder ist das das Einzige? Nein, er hat mich auch rückgelesen. Naja, das ist schon extrem, ne? Er hat mich beschuldigt, ich hatte irgendwas geklaut, aber ich habe nichts geklaut. Das würde sie nie machen. Ich habe irgendwie so ein Zeug in meinem Rucksack dann gefunden. Wo ist denn dein Rucksack? Keine Ahnung. Wo ist der Rucksack? Okay, wo ist der Rucksack? Der Rucksack habe ich sichergestellt. Sarah Freitag will die Tasche des Mädchens auf Diebesgut inspizieren. Entgegen der Aussage der Mutter wird die Polizeioberkommissarin fündig. Ich habe die junge Dame beobachtet. Ich habe sie fünf Minuten beobachtet, als sie durch die Reihen geschlichen ist, sich geduckt hat, weggeduckt hat. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das da überhaupt reingekommen ist. Und als sie dann zum Ausgang gegangen ist, am Ausgang habe ich sie festgehalten. Und dann ist sie aggressiv geworden. Dann muss ich gleich los. Haben Sie sich das mal angeguckt, dass sie eine Syromete für Verletzung hat? Die Polizistinnen zweifeln an der Aussage des Detektivs. Dennoch wollen sie das Mädchen mit dem Tatvorwurf konfrontieren. Zunächst gilt es aber, die Jugendliche zu beruhigen. Jetzt hören wir mal ihm zu. Du bist verletzt, das ist total übel. Aber hier steht im Raume, dass du etwas geklaut hast. Wir haben hier in deinem Rucksack Sachen gefunden. Ich habe keine Ahnung, was dieser Idiot von mir will. Jetzt hab Butter bei die Fische. Ist das so, dass du etwas weggenommen hast? Nein, natürlich nicht. Dass du vielleicht für irgendjemanden etwas klauen musstest? Ich habe genug Geld dabei. Also du sagst definitiv, du hast nichts gemacht? Nein. Ja gut, das ist ja auch dein gutes Rechen. Das klären wir hier auch. Aber diesen Kratzer hat er von dir? Keine Ahnung, wo er diesen Kratzer her hat. Natürlich warst du das. Als ich dich angesprochen habe, auf deinem Diebstahl bist du auf mich los und mit den Händen auf mich los. Ich bin der Vater. Ich warte, ich rufe dich die ganze Zeit an. Wo seid ihr denn hier? Sie wurde festgehalten. Von wem? Das ist mein Ex-Mann, Jörg. Der Vater gibt sich entsetzt über den mutmaßlichen Diebstahl. Er wirft seiner Ex-Frau vor, ihre Tochter nicht gut zu erziehen. Den Einsatzkräften fällt auf, dass auch der hinzugekommene Mann leicht verletzt ist. Gibt es hier Videoaufzeichnungen? Weil ich sehe hier Kameras, dass wir das Video mal sehen können. Ja, das tut mir leid, ich habe das mit der Scheffin besprochen, seit drei Tagen ist das defekt. Also ich mache schon Dampf. Also kann man das auch vergessen, ja? Und Sie haben das direkt mit allen Augen gesehen. Ich habe sie beobachtet ungefähr fünf Minuten lang. Wir konnten dann ja bei dem Vater feststellen, dass er halt diese leichten Blessuren oder Verletzungen an der Hand hatte. Klar versuchen wir dann festzustellen, wo das herkommt, weil das könnte eventuell mit diesem Fall zusammenhängen. Und der Detektiv hatte ja auch eine Verletzung im Gesicht. Da muss man halt mal gucken, ob da nicht das irgendeinen Zusammenhang hat. Ist halt draußen passiert. Okay. Aber was hat das jetzt mit mir zu tun? Ja, nee, ist komisch. Die einzelnen beiden Männer, die hier sind, sind verletzt. Ja, die Verletzung habe ich nicht von ihm. Also habe ich hier, von seiner Tochter. Natürlich. Aber sie hat nirgendwo Blut. Aufgrund der unprofessionellen und aggressiven Vorgehensweise des Detektivs überprüfen die Beamtinnen den Mann. Zudem lassen sie sich von der Ladeninhaberin seine Zeugnisse aushändigen. Die Ermittlungsergebnisse sind eindeutig. Ja, also der Mike Hölscher ist uns bekannt, wegen Diebstahls und Einbruchs vorbestraft. Ja, wann war seine letzte Tat? Vor circa anderthalb Jahren. Der Kaufersdetektiv hatte der Chefin ein gefälschtes Führungszeugnis gegeben. Hier würden wir bezüglich der Urkundenfälschung ermitteln und haben natürlich auch dieses Beweismittel mitgenommen. Das ist ja das, was Sie hier eingereicht haben, ne? Das ist gefälscht, ne? Ich sag da nichts dazu. Sagen Sie nichts dazu. Okay, müssen Sie auch nicht. Aber das ist, Moment, das ist auf jeden Fall gefälscht. Wir haben gerade eine Abfrage gemacht und Sie sind vorbestraft, ne? Möchten Sie was dazu sagen oder nicht? Ich habe mir eine Strafe abgesessen und mache hier einen guten Job. Naja, aber das ist ja trotzdem, das ist ja hier gefälscht. Ja, und so vertrauenswürdig sind Sie dann ja irgendwie doch nicht, ne? Da kommt auf jeden Fall noch was auf Sie zu. Wenn Sie das hier schon fälschen. Wegen der Verletzungen beider Männer mutmaßen die Polizistinnen, dass der Detektiv mit dem Vater und nicht mit der Tochter aneinander geraten ist. Sie konfrontieren die beiden mit ihrer Vermutung. Also es nervt mich jetzt auch langsam. Mensch, Sie sind verletzt, Sie sind verletzt. Und Sie sind auch, ne? Nur weil ich hingefallen bin, bin ich jetzt verletzt. Nein, bitte eine Hand, das ist eine Schlaghandverletzung. Da habe ich mir beim Fußball schon Schlimmeres zugezogen, ehrlich. Ja, aber das, was Sie uns gerade erzählt haben, ist doch Blödsinn. Was, was, was denn? Dann beobachten Sie beide sich die ganze Zeit so komisch. Darf ich mal? Das ist mein Eigentum. Ja, das darf ich mal? Ungern. Was hat er denn da? Lassen Sie mich bitte gucken. Haben Sie da auch was? Lassen Sie mich bitte einmal gucken. Da habe ich Gegenstände drin, die für eine Bedeutung sind für den Fall hier. Die 500 Euro wecken bei Nicole Riedel den Verdacht, dass der Detektiv für etwas bezahlt worden ist. Um den Sachverhalt aufzuklären, setzen die Beamtinnen den Mann unter Druck und erfahren von einer unglaublichen Intrige. Was ist hier los? Ernsthaft. Ernsthaft. Das ist doch hier alles irgendwie gefakt. Ich spreche mir jetzt mit uns, dann kommen Sie vielleicht etwas wirklich auf die Nummer raus. Ist das wirklich in der Eigentum? Fragen Sie mal den Vollpfosten. Aha. So, gut. Dann, bitte erzählen Sie. Was hat er damit zu tun? Was hast du damit zu tun? Wieso darf der mich Vollpfosten nennen? Was hat er damit zu tun? Jetzt rücken Sie raus mit der Sprache. Sie kennen sich irgendwie? Was weiß er? Hatten Sie Kontakt miteinander? War er schon mal hier im Laden? Er hat mich erpresst. Er war derjenige, nicht ich. Können Sie das irgendwie beweisen? Haben Sie Handy? Ich bin jetzt der Erpresser, oder was? Willst du mich eigentlich ver- Jörg! Nein, oder was? Du Dummschnuddel. Was hast du gemacht? Was hab ich denn gemacht? Du hast mich, als du mich erwischt hast. Bist du zu meiner Chefin? Wir sind ruhig. Zu meiner Chefin. Wolltest du mich anschärzen bei ihr? Da hätt ich den Job sofort losgehabt. Und weißt du warum? Dass schlechtes Licht auf deine Tochter fällt. Es geht um Sorgestreit und Sorgeregelung. Nein, bleib locker. Das erfindet ja. Was wir gerade noch besprochen haben. Anscheinend kennt ihr euch. Geht es hier wirklich ums Sorgerecht? Hier ist die Lohd darum, um diese Ego zuerst? Darf ich mal reden? Sie haben ihn auch noch gefilmt. Ja, okay, ich geh zu. Ich hab den Affen da gefilmt. Weil er Leuten zu Unrecht irgendwas in die Tasche steckt. Ja, das hätten wir dann auch gerne, das Video. Welches? Dann werden wir ihr Handy gleich nochmal mitnehmen und auswerten. Ich hab den auch, der war so kooperativ auf der negativen Seite. Ich hab gesagt, eine halbe Stunde bist du da, sonst passiert deiner Tochter was. Und du bist sofort drauf eingegangen. In einer halben Stunde warst du mit fünf Bunnies da. Und ich liebe Geld, ich verdiene ich die Kohle wie du. Ja, die Motivation des Vaters war natürlich ganz eindeutig. Die hat er ja letztendlich auch zugegeben. Er wollte die Kleine zu sich holen. Er wollte die Mutter dabei schlecht dastehen lassen, damit er das Sorgerecht zugesprochen bekommt. Der Detektiv hat ja zum Schluss gesagt, er würde so wenig Geld verdienen. Und dementsprechend kann man davon ausgehen, dass diese ganze Nummer hier halt wirklich, so wie er auch sagte, nur wegen dem Geldes wegen war. Er tut so, als wäre ich der Leinige schuldige. Ich hab eine SMS, das ist ja nachkontrollierbar, von dem sauberen Jörg. Ach hier, Jörg Flisken, bitte tu ihr nichts. Ich hab ja dein Geld, ich bezahle ja, wo muss ich hin? Das gibt's doch gut. Ja, wunderbar, wunderbar. So, Sie bleiben auch mal bitte hier. Die Kontaktdaten von beiden. So, kannst du mal noch eine Streifung nachbestellen? Genau, Sie werden beide vorgeführt, es wird eine Vernehmung stattfinden. Da machen wir uns auch gar nicht mehr lange rum hier. Ja, wir haben hier eine Reihe an Straftaten, die wir natürlich alle einzeln rechtlich prüfen werden. Zum einen die Urkundenfälschung, die falsche Verdächtigung, das Vortäuschen einer Straftat, die Freiheitsberaubung und wie die Verteilung der Tatverdächtigen untereinander ist, werden wir auch noch prüfen. Der Vater wird als Anstifter für einige Sachen in Frage kommen. Und der Kaufhausdetektiv muss sich für andere Sachen dann als Einzeltäter auch verantworten, wie zum Beispiel für die Urkundenfälschung. Der Vater wird wegen Körperverletzung und Anstiftung zu einer Straftat belangt. Der vermeintliche Ladendetektiv muss mit einer Haftstrafe rechnen. Aufgrund der Intrige des Familienvaters bekommt die Mutter das alleinige Sorgerecht. Mit ihrer Hilfe kommt die zu Unrecht beschuldigte Tochter über das Erlebte hinweg.